Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, wir schauen uns heute die sieben gefährlichsten Strände auf der Welt an. Fischhök, Südafrika. Fischhök? Kaum einer wird verneinen, dass die Haie die bekannteste Gefahr unter dem Wasser darstellen. Oh! Ey! Geh weg! Unter den gefährlichsten Stränden, wo sich viele Haie aufhalten, kann man Kapstadt nennen. Okay. In den Gewässern des Ozeans existiert ein riesiger, menschenfressender Hai. Er wird noch der Weiße Hai genannt. Was? Das heißt, er schwimmt da einfach rum und ernährt sich primär von Menschen? Alarm! Bei Beginn der heißen Badesaison wird der Charakter des angriffslustigen Haifisches noch schlimmer. Die Aggression wächst und gleichzeitig auch die Angst der Urlauber. Also ich weiß nur, dass Haie Urin auf bis zu ein bis zwei Kilometer riechen können. Seitdem pisse ich nicht mehr ins Meer, sondern nur noch in den Hotelpool. Südafrikas Regierung hat bereits in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts Unterwassernetze an den meisten Stränden bei Fischhök befestigt. Doch eine hundertprozentige Sicherheit haben die Reisenden und die Einheimischen trotzdem. Ey! Boah! Stell mal vor, du stehst hier und denkst so, boah geil, hier ist irgendeine geile Welle und dann ist hier das... Dieser riesen Schatten guckt dich plötzlich an! Alleine 2010 wurden mehr als 21 Angriffe registriert. Seid also vorsichtig und schwimmt nicht zu weit weg, wenn ihr in dieser Region Urlaub macht. What? Ey! Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ne? Schreibt's mir gerne mal unten in die Kommentare. Seid ihr eher Team Hotelpool oder Team Meer? Aber ich bin hundertprozentig Zweiteres! Und deswegen ist das halt so blöd mit diesen ganzen Haien und Quallen und keine Ahnung was! Queensland und TV Islands, Australien. Australien? Die australischen Strände gehören zu Recht zu den gefährlichsten weltweit. Grund dafür ist, dass Menschen... Oh, guck mal, wie schön! Hier hast du so einen Strand, dann hier so einen Fluss. Stell dir mal vor, hier so eine fette Villa! Mit einem Basketballplatz, mit einem kleinen Golfplatz, obwohl Golfplatz wäre wahrscheinlich schon das alles hier. Grund dafür ist, dass Menschen oft nicht nur von Haien, sondern auch von Würfelquallen attackiert werden. Viele Reisende wissen nichts davon. Doch diese Unterwasserwesen haben einen der gefährlichsten Giftstoffe in der Welt. Och lol, ich wusste gar nicht, dass die so machen. Da kommt wirklich was raus aus den Quallen. Ich dachte, dass das... Einfach, wenn das nur berührt, dass das dann schon schlimm ist. Ihre Nesselzellen können eine einfache Verbrennung hervorrufen. Aber auch innerhalb von Minuten für die... Aber warum ist DHL? Ey, Sie sitzen da gerade tot am Boden, aber wir haben hier noch ein DHL-Paket für Sie! Besonders gefährlich ist die Tatsache, dass diese Tiere fast unbemerkbar im Wasser sind. Ihr müsst also echt gut aufpassen. Da würde ich denken, dass das eine ganz normale Alge wäre. Oh, verdammt, jetzt muss ich wieder an Knossi denken. Knossi in den Top-Lassi-O! Im Sommer riskiert ihr nicht wirklich. Doch ab Oktober bis April solltet ihr das Baden in dieser Gegend lieber vermeiden, da zu dieser Zeit die Quallen sehr aktiv sind. Das ist so crazy, wie die dann auch so ihre aktiven Zeiten haben. Bruder, die haben ja keinen Kalender oder eine Uhr, dass die wissen, welcher Tag gerade ist. Fifi Don Beach, Thailand. Thailändische Inseln locken die Touristen mit ihrer Schönheit und bieten die Möglichkeit, sich vollkommen zu entspannen und die Zeit zu vergessen. Ja, vollkommen entspannen. Siehst du ja, wie das jetzt überhaupt nicht überlaufen ist hier. Ein beliebter Urlaubsplatz ist der Fifi Don-Strand. Hier lässt es sich gut in der Sonne bräunen und im kristallklaren Wasser baden. Seid aber vorsichtig, wenn ihr das tut. Die Gewässer rundherum will... Guck mal, wie voll das hier ist. Ich stelle mir das immer vor, dass solche Regionen, wo so Berge sind, mit so Bäumen und so kristallklarem Wasser, das ist auch keine einzige Zivilisation... Sprachenlernen Bubble. Es wurden bereits mehrere Fälle registriert, wo die Schlangen direkt auf den Strand krochen und die Urlauber panisch davonliefen. Was? Wir raten euch deshalb, sehr vorsichtig zu sein. Schlangen! Höh! Ey, das dürfen wir nicht Sandra zeigen. Die hat so eine Angst vor Schlangen. Sippo Light Beach, Mexiko. Wir konnten es uns nicht einmal im Traum vorstellen, dass auf diesem ruhigen und sehr schönen mexikanischen Strand mit türkisem Wasser und weißen Sandstränden so eine Gefahr lauert. Die Einheimischen umgehen diese Gegend, insbesondere von April bis Juni. Warum? Zu dieser Zeit entwickelt sich eine starke Unterwasserströmung. Ach so! Ey Bruder, ich fahre seitdem ich zwei bin an der Nordsee mit... Ey, wenn da von Flut in die Ebbe rüber geht, dann hast du da ganz andere Strömungen als da an Mexiko, Alter. Im Sommer kommen außerdem noch Ebbe und Flut dazu. Ah, okay. Das Wasser kommt und geht mit so einer Kraft, dass sie sogar einen Erwachsenen mitschleppen kann. Nur im Jahr 2010 wurden 180 Menschen gerettet, die gegen die Strömung keine Chance hatten. 180 Menschen. Was unser Planet mit Naturkatastrophen und generell, das ist ja keine Katastrophe, aber so Sachen wie Ebbe und Flut für eine Macht hat und für eine Kraft ausüben kann, das darf man wirklich nicht unterschätzen. in keiner einzigen Sekunde. Cable Beach, Australien. Okay. Dieser Strand zieht nicht nur Touristen, sondern auch riesige Reptilien an. What? Krokodile sind als Art offiziell vom Staat geschützt und es ist verboten, sie zu jagen. Vielleicht führt genau das dazu, dass sie sich unkontrolliert fortpflanzten und gegenüber den Menschen aggressiv wurden. Oh, das ist aber... Also wenn ich schwimmen gehe und man sieht Fische, okay. Man sieht Quallen, okay. Wenn man selbst ein Hai oder Delfine sieht, würde ich mir noch so denken, okay, das macht irgendwie Sinn, aber ein Krokodil verbinde ich nur mit dem Dschungel. Irgendwie nicht mit dem Meer. Die erhöhte Attackenanzahl führte viele Menschen dazu, sich gegen das Jagdverbot auszusprechen. Die Regierung denkt darüber nach, weil sie Angst hat, dass Touristen dann massenweise kommen würden, um die Jagdtrophäen zu holen. Ja, es ist halt schwierig, ne? Auf der einen Seite willst du die Tiere halt leben lassen, aber wenn die Tiere für Menschen so gefährlich sind, dann ist es halt wieder eine andere Sache. Den Bereich einfach zu meiden, ich glaube, damit würden sich die Anwohner nicht anfreunden. Oh, das ist eine Zwickmühle. Repulse Bay, Hongkong. Okay. Übersetzt man die lokale Bezeichnung... Ey, es sieht aber crazy aus, ne? Also hier mit diesen riesigen Hochhäusern, dann hier mit einem Strand und mit dem Wasser, das passt irgendwie gar nicht so richtig zusammen gerade. Übersetzt man die lokale Bezeichnung, so heißt der Ort, dort, wo sich die Möwen einnisten. Diese noblen Vögel haben diesen Strand jedoch schon lange verlassen, weil der Schmutz gerade alle Grenzen übersteigt. Ach so. Ich dachte, das ist der gefährlichste Stand der Welt, weil da Möwen hinkacken. Anfang des 20. Jahrhunderts begann hier eine lokale Bebauung, die noch bis heute fortgeführt wird und die Umwelt zerstört. Okay. Viele Bauabfälle werden direkt ins Meer geworfen. Aha. Wissenschaftler registrieren chemischen Abfall im Wasser schon seit langem... Ach so. Jetzt verstehe ich das erst. Das ist einer der gefährlichsten Strände, weil wenn man da schwimmen geht, dass man dann irgendeine chemische Krankheit bekommt, wegen irgendwie etwaigen Müllressourcen, Atomen, Überresten, die da reingelagert wurden. Das ist... Oh, da hab ich schon eher einen Krokodil, weil da könnte man zumindest noch kämpfen. Virginia Beach, USA. Man denkt eigentlich, dass die Gefahr nur von den Meerestieren oder von der Natur ausgehen kann. Mhm. Doch am längsten Strand vom Atlantik, der im Guinness Buch der Rekorde registriert ist, sind auch Attacken von Wildfüchsen keine Seltenheit. Was? Stellt euch das mal vor. So ein Wildfuchs. Wenn der ankommen würde, ich würde den streicheln. Obwohl die Stadt zu den saubersten und besten unter den Kuhorten dieser Gegend zählt, agieren die nächstgelegenen Parks als Lieferanten für wilde Tiere und am öftesten kommen diese aggressiven wilden Füchse vor. Aber die trauen sich doch safe nicht, so eine Truppe von Menschen anzugreifen, oder? Ich meine, ein Tier hat ja auch den ganz klaren Instinkt, zu sehen, ey, die sind vielleicht eine Stufe zu hoch für mich. Es scheint, als wäre ihnen langweilig. Deshalb attackieren sie von Zeit zu Zeit die Urlauber und machen somit kein gutes... Also ich dachte gerade, das wäre auch ein... Aber gut, Freunde, an der Stelle würde ich dann auch das heutige Video beenden. Wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht was lernen konntet, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und, noch viel besser, klickt auf die Glocke, denn dann bekommt ihr, sobald ich ein neues Video hochlade, eine Benachrichtigung auf euer Handy und seht direkt, aha, da werden wieder Gehirnzellen zerstört.